Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mal Outdoor. Es ist so schön hier draußen und ich zeige euch wieder mal ein Catsuit, dieses Mal aus England. Und das Besondere ist, der ist unten geschlossen, also alltagstauglich. Das Einzige, ich muss ein paar Regionen abdecken. Bin schon gespannt, wie es euch gefällt. Das Ganze drehe ich jetzt noch mal allerdings ohne die Abklebung und das seht ihr auf OF und BF. Die Linke sind jeweils unten und oben. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und bis bald.